hat seinen job getan zeit für blumenfreund angelo heute schaut aus wie der pate er liegt jessica diesem charme freust du dich auf heute das ist aber lieb dankeschön ich habe immer schlecht gehört und da habe ich mir vermeidet in duisburg zu kommen angelo ich werde dich beschützen hier in duisburg ich lasse nicht zu dass sich einer mitnimmt aber du hast keine gute rufe trotzdem haben daniel und jürgen erwartungen im gepäck er ist schon noch jung vielleicht hat er auch so eine moderne ruhrgebissküche aufgebaut mal abwarten was da auf und zukommt ich freue mich drauf also vollgas ja dann geht rein schaut euch den laden an ich komme sofort noch eine ansage gefällig und jetzt zeige ich denen wie man tradition mit moderne verbinden was sagen die mitstreiter ja wunderbar aber finde ich passt genau zu thomas ne die woche zeigte thomas leidenschaft ist der holzweg gefällt mir schön fachberg hier neben dem restaurant und was ja meine große liebe ist ist ja meine zweite liebe dass die holz alles was mit holz zu tun hat ein ja thomas steht auf holz vor der hütte in der hütte tschuldigung ich habe gedacht wenn diese alte tische mit holz hätte ich gedacht ja aber da hat immer das holz die aber es will nicht an der seite ich habe ja auch noch mal die große scheiben hier da passt das schon sehr gut hier hin und spagat zwischen alt und neu kann man hier ganz deutlich erkennen und finde ich auch super gemacht und an den tafeln können wir uns auch jetzt beim reinkommen schon den ersten hunger holen im schenkelsgebiet jetzt kein kokolores sondern eine amtliche speisekarte so das ist unser pascal das der restaurantleiter hallo pascal und ja wir haben euch was mitgebracht bei uns gibt es einen schnitt das ist einfach nur hahn auf schaum rein und weil er pascal gesagt hat für die dame gibt es den schönen lilai white berries in so ein lade hätte ich erwartet eine prozent oder eine geile aperitiv eigentlich freuen sich männer doch immer wenn sie ein bierchen kriegen ich bin nicht ein mann ich bin ein italiener okay ich bin kein mann ich bin italiener und wie findet sich die duisburger truppe in der karte zurecht also die karte an sich ich finde es ist echt eine bunte mischung da sind spanische sachen drauf da sind klassiker drauf da sind italienische sachen drauf so als hätte sich überall das rausgepickt was er am liebsten ist richtig ich habe gedacht thomas ist so ein bürger moderner bürger laden die steaks bürger habe ich auch gedacht mit der kappe und so war gedacht er hat ein bürger lande was er hier anbietet ist schon eine gute gehobene gastronomie also gut unsere happen sind extra klein gehalten so dass sie sich ihre vorspeise selbst zusammenstellen können können so einer tapasbar ich kann als gast hergehen mir fünf verschiedene vorspeisen nehmen und von jedem eine kleine portion das ist eine tolle idee kommt auch mit sicherheit gut an gute idee da bin ich auch mal gespannt wie die portionsgrößen so jetzt dort beim thomas sind den stift im anschlag waltet oberkellner pascal seines amtes ich hätte gerne als vorspeise es carpaccio und vitello tonato also wir werden jetzt wahrscheinlich eine schöne reise mal sehen der eine andere wird sicherlich da vorne aus dem kleinteil bedarf sich was raussuchen johnny kümmert sich derweil um den lachs das wollen sich jürgen und daniel nicht entgehen lassen hallo hallo ich grüße dich hallo johnny was machst du feines mit uns heute morgen ja wir beizten unseren lachs ein ja selber einbeizen braucht natürlich ein bisschen zeit na sie ist so schön jetzt sehen wir sogar das beizen heute morgen habe ich ja ein fertigen gesehen das macht er schon für die nächsten tage wieder ein klasse weizen immer zweieinhalb bis drei tage das seite zieht eigentlich die flüssigkeit aus dem fisch raus das heißt ein bisschen trockener riecht ein bisschen genau gut ab dass junge menschen so was noch machen dass sie die alten rezipien wieder aufleben lassen doch lehrmeister jürgen hat nach das norweger lachs oder auch zucht lachs oder was ist das weißt du das zufällig wahrscheinlich zucht lachs ja es müsste zucht lachs sein also man kann dem johnny nicht vorhalten dass er nicht wusste woher land bevor her der lachs kommt definitiv nicht wenn er die bestellung selbst nicht macht und bekommt einfach den fisch nur ins haus geliefert kann man das nicht wissen vielleicht ist er jetzt einfach auf dem falschen fuß erwischt worden weil normalerweise vorhin hat er mit fleisch genau bescheuert gewusst also warum lasst er den auf der haut es ist einfach schöner so kann es einfach besser runter schneiden er gibt dem lachs einfach halt genau so jetzt nehmen wir unseren dill hier den dill nun grob zerkleinern und über dem fisch verteilen dann nehmen wir hier so schönes meersalz ok dann nehmen wir jetzt das gebe ich jetzt einfach mal drüber nehmt ihr das grobe meersalz mit absicht ich finde es ist ein bisschen schöner zieht auch mehr flüssigkeit raus beim feinen salz hat es halt immer eine größere fläche und du weißt halt nie wie stark zieht es halt raus und so hast du ein bisschen mehr spielraum da hat er meiner meinung nach zu viel salz drauf gegeben weil mehr salz ist noch intensiver wie normales normales speisesalz aber müssen wir gleich gucken wie es nachher mal schmeckt zu mir den zucker drauf also ich würde jetzt auch salz und zucker gleich vorab mischen eins zu eins bist du immer safe zuletzt noch etwas limettensaft drüber träufeln so dann ist fertig packen jetzt noch ein und natürlich dauert das jetzt zwei bis drei tage bis er fertig ist ich habe natürlich schon welchen fertig am besten ist man den drei tage liegen dass man nach drei tagen einen trockenen fisch hat der ist aber gegart der froh der fisch war ja vorher roh er ist auf dieser art und weise gegart trocken gegart und das ist eben die geschichte beim beizen im kühlhaus ist schon ein plätzchen für den lachs reserviert unserem schönen kühlhaus hier klein aber fein hier oben ist unser gebeizter lachs der hat jetzt zweieinhalb tage gezogen man merkt jetzt im ziel wieder wie das salz jetzt die flüssigkeit rausgezogen ist wie aber auch die dill noch so ein bisschen drauf ist soll ja auch noch so ein bisschen drauf sein aussehen schön fest durchgezogen genau aber als reines anschauungsmaterial ist der fisch nicht gedacht ja auf jeden fall kann johnny's hausgebeizter lachs die kochkonkurrenz überzeugen das wird direkt war auch schon ein bisschen salzig jürgen hat es ja schon geahnt der war in meinen augen versalzen wenn du das halt natürlich im ganzen probierst nach oder ist es schmeckt natürlich noch mal ganz anders nun geht es eine avocado in ihre bestandteile zu zerlegen ja wo kann ich mir ziemlich reif aus also so dass hier eigentlich könnte ich mir vorstellen zu dem gebeizten lachs da ganz gut passt genau die tatars sind von rohen fischen eigentlich aber das kann man auch von gebeizten sachen machen also grafit lachs wenn du ihn kaufst kannst du genauso oder ein räucherlachs kann man auch ein tatar machen wir machen das lachs tatar gleich fertig dann kommt noch ein bisschen sesam dazu es kommt soja so dazu ob die soja soße dazu jetzt noch sein muss wegen dem salzgehalt bleibt jedem selbst überlassen der eine merke mehr salz sich der andere weniger wenn man mit soja soße arbeitet heißt das nicht automatisch dass das gleich die salzschleuder im gesicht ist man muss halt wirklich damit umgehen können dosieren können mit hilfe einer form errichtet baumeister johnny in windeseile einen daumen hohen lachsturm blüten werden jetzt überall angeboten das ist einfach wieder schick modern aber man muss mal beobachten wie viel prozent der blumen am teller liegen bleiben weil kaum einer weiß darf ich die essen oder darf ich sie nicht essen mich stört viel mehr diese zitrone drauf diese fette dick geschnittene scheibe einfach so wie 1970 aufgeschnitten dann nehme ich lieber schöne zwei schöne drei schöne zitronen filets die mariniere ich noch ein bisschen mit honig ein bisschen was weiß und die setze ich und auf das fände ich viel besser das wäre für mich ein thema wo wir sagten die blüte können wir nicht mehr abstellen ganz ohne fisima tenten kommt die vorspeise in die pushen mit carpaccio auf rocola und einem vitello tonato beginnt jessica ihr menü angelo startet seine drei schenkelsgänge mit geräucherte entenbrust und lax tatar fast bescheiden fällt die karotten kokossuppe für jürgen aus hat er dann auch gemerkt und noch gratinierten ziegenkäse geordert die fluss krebse im bunten arrangement fühlen sich mit gambas al-achiyo bei daniel am wohlsten das sind ordentliche portionen dafür dass die idee ist man ist ein paar tapas paar kleinigkeiten von denen man so nascht da gab es ordentlich was denn da schon da war richtig was auf dem teller drauf das finde ich auch ordentliche portion das ist ja kein tapas die ruhrpottler schlemmen drauflos bis angelo die stille durchbricht ich kenne das lachstarte das frische lachs nicht gebeizt der lachs finde ich ein bisschen salzig der avocado was dabei war der konnte auch nicht retten weil er zu sehr salzig der lachs war also schade für die avocado also schiengruß an die küche mischt einfach salz zucker demnächst zu selben teilen dann mit der mit der sojasauce wie soll ich die sojasauce essen angelo macht die probe aufs exempel schmeckt es dem italiener das ist noch mehr salzig ist klar das habe ich mir gedacht ich esse sehr viel salz aber das war der tote meer in der küche wurde es erwähnt angelo unterstreicht noch mal also dann ist das auch für mich 100 prozent okay ist die ente denn vorsichtiger gewürzt in der brüste ist sehr lecker ist schon rosa der war etwas dünner geschnitten brauchst du mehr fleisch das zu schmecken und er ist sinnvoller etwas dicker zu schneiden der salat sehr gut abgeschmeckt im bär und die granatafel noch dabei ist eine runde geschichte wenden wir uns daniel und seinen meeresfrüchten zu was sagst du das sind garnelen mit kopf in einem sehr kräftigen öl sud mit knoblauch frischen kräutern alles in allem ist noch knoblauch püree mit drin ein bisschen chili leichte schärfe einzige manko bei dem essen einige garnelen haben oben noch ein stück panzer aber ein wunderbar leckeres gericht garnelen gute qualität gut gebraten festes fleisch leicht gewürzt der knoblauch sud gibt den rest einfach klasse dann habe ich hier noch die fluss krebse fluss krebse selbst habe ich noch nie gegessen im ersten moment war die soße sehr prägnant es kam der senf mit seiner schärfe durch der honig es ist ein angenehmes gefühl auf der zunge und im mund darauf zu beißen dann entfalten sich die aroben von honig und senf wunderbar die fluss krebse sind mir zu edel für so eine kräftige senfsoße das ist mein persönliches empfinden aber kommt gut an und wie kommt das karottensüppchen bei jürgen so an die ingwer wurzel kommt gut zurecht aber den geschmack von kokosnuss was mir nur ein bisschen fehlt ist der geschmack der karotte aber ansonsten im großen und ganzen hervorragend abgeschmeckt das war fachlich einwandfrei vernünftig angesetzt mit dem pürierstab fein gemahlen das gibt automatisch eine bindung das war hervorragend jetzt komme ich zu meinem ziegenkäse der war gut durchgebacken hatte in der mitte noch leichten rohen kern das ist auch in ordnung das ist super honig auch vom sehr guten geschmack aber was mich ein bisschen enttäuscht ist der ziegenkäse selber das ist für mich in industrie ziegenkäse er ist nicht durchgereift er hat nicht die stärke und die kraft wie ein gereifter schöner französischer ziegenkäse haben muss hol dir vernünftigen ziegenkäse aus einer von vernünftigen fromage oder aus einer käserei französischer oder ein schweizer gereifter ziegenkäse da bist du bei deinen gästen mit sicherheiten meter weiter vor wie bei diesem industriell hergestellten käse thomas und johnny müssen sich nun der kritik der konkurrenz stellen so ihr lieben wie hat es euch geschmeckt jessica hat sich bislang zurückgehalten gibt es etwa ein problem hast du es gekocht bist du gerade verliebt ich fand es doch sehr gut gesalzen was für mich aber gut ist so musste ich es nicht nachsalzen ich mag das ganz gerne salzig dürfen wir probieren sehr gerne thomas traut dem braten dem rohen rind nicht ja also oder du also ich finde ja ich bin auch mehr so ein mensch der ein bisschen mehr salz ist ich würde dir aber recht geben dabei das andere ist vielleicht ein bisschen als salzig empfinden würden wir machen nichts auf jeden fall ein bisschen weniger bei dem vitello tonnato ist es leider so das fleisch ist doch mittig noch sehr roh und das macht das kauen natürlich sehr schwierig das klassische vitello tonnato war ja auch immer da war das fleisch eigentlich komplett durchgegartner dann kam die moderne küche und hat es dann medium gegart medium ist aber eben nicht wenn so ein roher kern in der mitte ist ansonsten optisch toll und ordentliche portionen ja erstmal danke für die kritik und dann gehen wir mal euren hauptgang wir werden gerne rausgekommen alle sagen geil danke tschüss hauptgang definitiv aber da sind profis da draußen die müssen was sagen also vollkommen in ordnung der thomas geht da super mit um auch sein koch schütze nun möchten jessica und angelo einen blick in die töpfe riskieren ja ich bereite gerade eine schweinefilet mutzmorgen vor für euch für den erster nächsten nachher natürlich das ist unser kleiner räucherofen mir ich fand das ganz faszinierend dass er da in der küche räuchert in so einem kleinen gerät aufgepasst in der haushaltsküche würde ich sagen die bude riecht du bist ja ganz kurz mal ja selber räucherware das ist buchenholz richtig schön aromatisiert wenn ihr könnt ja auch gerne riechen ob es schon danach riecht wenn man riecht schon so ein bisschen wenn es jetzt gleich dann da drin ist und erhitzt wird dann riecht es natürlich noch intensiver und stärker während die buchenspäne erhitzen greift johnny zum schwein hier habe ich unser schweinefilet was noch verpackt ist natürlich von unserem großhändler gekommen packen jetzt einmal aus parieren einmal die sehen oder die bisschen fettstücke weg parieren bedeutet nichts anderes als wegschneiden hier ist jetzt die kette vom schweinefilet hier ist einfach so ein stück mit einem fettabschnitt dran und wollte auch zum teil manchmal ein bisschen knorpeliges dran ist oder so und das wollen wir natürlich nicht in dem schweinefilet drin haben deshalb schneiden wir das hier weg sobald das filet vom fett befreit ist geht's in den räuchersalon mache ich die flamme kurz kleiner legt das einfach rein ohne das zu würzen aber wenn ich jetzt so würzen würde wird es einfach zu stark gewillt und es würde einfach nicht schmecken und jetzt geben wir neben noch ein bisschen gas in der zeit können wir mit der rohbeinreduktion einmal anfangen die wir dazu nehmen aha der edle tropfen aus dem getränkekarton jetzt kein besonderer rotwein jetzt gerade passt aber sehr gut schmeckt auch die wird davon einfach was in den topf so eine weine hätte ich nicht genommen weil ich habe noch nie gesehen in meiner küche so ein treterpack bei mir ist wein anderthalb liter flasche und da versuche ich eine kräftige weine zu nehmen weil wieder meine schmeckt so schmeckt die soße mit ein bisschen wasser kannst du keine weingeschmack kriegen das ist für die italiener nicht gut gar nicht gut und währenddessen kommt dann noch ein bisschen zucker mit rein das lasse ich jetzt moment aufkochen und reduzieren im prinzip und dadurch ist der zucker karamellisiert bindet den rotwein ja und der rotwein verdänztet ja auch dadurch kriegen wir dann unsere schöne rotweinsoße dahin ist keine soße eine soße pro mei von der proche mal eine zwiebeln gerostet mit der baron mit team rosmarin und dann ein wein und karamellisiert ein bisschen die ganze zwiebeln und so weiter mit ein bisschen zucker und dann gibt es einen guten rotwein lassen reduzieren und dann geht eine schule in einem dem glas drin so kenne ich es ist so das ist halt eine rotwein reduktion für das muss er anders nennen dann lässt sich der angelo auch drauf ein so ist ja keine rotweinsauce ist jetzt soweit fertig das können wir jetzt rausholen ja machen wir auch mal gucken wir wie aussieht sieht lecker aus da hat er bock drauf ein waschechtes räucherschwein macht auch angelo wuschig man sieht also wenn man sieht das ist auch noch innen drin das ist noch hoch das ist jetzt durch das kurze räuchern ist es jetzt nicht wirklich natürlich gegart würde ich es jetzt länger garen klar aber dann würde das natürlich das raucharoma würde zu stark werden und das wollen wir natürlich auch nicht haben deshalb da finde ich es schon perfekt wie du gemacht hast genau jetzt muss die rauchware aber erstmal ins kühlhaus das muss jetzt natürlich erst mal runter kühlen habe natürlich aber jetzt noch was vorbereitet deshalb kann ich euch natürlich zeigen ihr sollt ja nicht hungern wunderbar ja bei der vorbereitung macht dem johnny keiner so schnell was vor so sie haben wir noch mal einfach nochmal zu sehen das ist jetzt eigentlich das ist englisch das speinefilet das wird immer so gemacht dass wir einfach wirklich darauf eingehen können wenn der gast jetzt sagen wird ich möchte das medium ist es wirklich auch medium raus geht so dass wir brauchen jetzt circa 13 14 minuten im ofen ok bist du sicher 13 14 minuten ich bin mir sicher und dann haben wir rosa wir wollen rosa anders nicht dann packen wir mal rein bei dieser temperatur was in offen war für 180 grad da musste nur ein bücher trockene flasche rauskommen ich habe gerade 182 grad gesehen wenn das wirklich 13 14 minuten reinschmeißt würde ich jetzt aus dem bauch aus und dennoch kommt wenige augenblicke später der hauptgang in die gänge der seeteufel schwimmt auf direktem weg zu jessica angelo hat nun das dicke rinderfilet auf dem holzblock das schweinefilet wood smoked will sich räucherfan jürgen gönnen und daniel ist gespannt auf seine prall gefüllte japan bowl